Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Wir sind jetzt hier gerade mal oben bei Hi-Rise auf dem Dach. Wir könnten da theoretisch einen Freshman hinter schmeißen. Die ist dann da, ist nach unten durchgefallen, ne? Naja, ich weiß darum, ja. Und hier sind sieben Teddys, weil es einer weiß, warum die Teddys hier sind. Also ich habe ja eine Vermutung. Nämlich, dass es noch was mit, äh, Black, äh, ne, Walt 4 war davor. Ah, da gab es eins, da gab es eins, kam danach, ne? Also ich bin der Meinung, dass es noch was mit, äh, Ding, mit dem Zombie-Modus von Walt & What zu tun hat. Nämlich, da gab es auch diese Teddys wegen Samantha, Maxis. Und, ja, deswegen haben die jetzt, glaub ich, jetzt Isak eingebaut. I believe I can fly. Richtig. Warte. 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 Ich versuch mal von unten ne Flash zu dir hochzuwerfen. Nein, du bist von oben. Bin aber unten. Oh, ich hab getroffen. Ja. Tim, du bist so cool. Ja. Du geh mal an die Grenze. Tim, willst du es von hinten haben? Ja. Nein. Roman. Und gewonnen, ja. So. Zei!